ja das war herzlich willkommen zu den buddy bros mein bruder ist am start bei mir zu hause ich habe knie wie man hier so ein bisschen erahnen kann und ich habe heute morgen bereits ein bisschen den sender übernommen und dann mega frustriert aufgehört weil einfach nichts geklappt hat gar nichts hat geklappt und dann hat mein bruder mich wieder aufgebaut durch gutes essen und gute gespräche und jetzt und tatsächlich tatsächlich es ist wie immer so und dann ich habe meinen ganzen stress kanalisiert in technik kam habe es viel zu groß aufgebaut jetzt ist alles wieder nur ganz simpel ein rechner einfach einfach wenige kabel gut ist ja manchmal simpel besser heute ist simpel besser ich weiß nicht ob ihr uns gut hören können wir hoffen es auf jeden fall man möchte simon grüßen sie wollen aber das ist so ein flieger oder der fliegt jetzt gerade nach thailand okay er hat sich den auch vielleicht kann er hinterher sehen hallo simon letztes mal haben sie mal nicht auf idf gespielt und da hatten wir noch ziemlich schiss verspinnen aber ich bin jetzt abgehärtet ich bin jetzt total hart ich will erst mal meinen bruder breaken wir müssen uns jetzt ein youtube video angucken über große spinnen los war an dann sind wir in der richtigen stimmung dann müssen wir gegen spinnen kämpfen ja okay alles klar es folgen eklige große spinnen du hast jetzt schon schiss du musst gucken du musst gucken bro du musst gucken mach groß ne ich mach gar nichts groß dann mach das bild groß macht das bild groß ja ist ja gut ist das überhaupt eine spinne ist das eine spinne sauwiderlich das ist ja mein gott dass man die größen felsen nicht hat die werbung bitte weg machen mal die werbung da weg kann ich nicht doch nein das ist kann ich nicht macht das weg nein kann ich nicht weg machen wieso hören wir keinen sound siehst du das die hat siehst du da auf ihrem arsch siehst du das das ist wie in insect amageddon die die kleinen spinnen kommen aus dem arsch von der mutter raus mach doch mal die werbung da weg bitte ich kann die werbung nicht weg machen das ist braun aus dem hart das spinnen machen mir überhaupt nichts mehr aus simon wäre jetzt stolz auf mich das macht mir überhaupt nichts aus das ist doch ein bisschen nekelhaft das ist doch ein bisschen nekelhaft lass das bitte was du schiebst das die ganze zeit weg lass das jetzt einfach mal da bro du bist du bist so schlecht jetzt guck dir das an seinen mann jetzt guck dir das an es ist so kotzt ey die 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 sind richtig groß die sind so groß ne ich ja gibt es da auch sound zu bro der erzählt interessante sachen zu denen es ist wirklich sehr... das ist wirklich sehr interessant ja okay vielleicht reicht das jetzt auch die gibst im spiel die kenne ich das sind diese Achso, du meinst die Thetarius-Spider, ne? Stimmt, das sind diese ganz langen, die sind aber... Ihhh, mich juckt alles, ey. Ja, shit, mich auch. Aber die sieht gar nicht so groß aus. Ich mag den Sprecher, der redet so gelangweilt. Das ist super zu koffen. Das ist doch ein bisschen egal. Mach das Bild wieder da ran. Hier ist ja gut, warte doch. Guck dir das jetzt an, Bro. Ihhh, Ihhh. Ihhh. Juck. Oh, das ist so kotzig. Alter. Es hat einfach... Ich hab noch nie von der gehört. Ihhh, es hat ein Arsch als Gesicht. Arsch-Gesicht-Spinne. Das sind die in den Bananen, da hab ich auch... Ich hab immer, ich hab immer einen Step vor Bananen, weißt du, dass ich die öffne. Und es gibt wirklich sehr große Spinnen, die sich direkt in der Banane, dann machst du die auf und dann kommt die... Bäh, es ist so kotzig, es ist alles, es ist alles eklig, es juckt mich alles. Scheiße, ich dachte, die bin er da. Ihhh. Ah. Das ist erst acht. Die können pink sein, hast du gehört? Ich will die nie, nee. Ich hab nichts. Hm. 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 Ey, mich juckt, mich juckt einfach wirklich alles. Halt durch, halt durch. Wir sind noch fünf Plätze. Fünf Plätze? Hm. 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 Ekelhaftes Kackvieh. Ist das eine Spinne? Es ist sauekelhaft. Richtig zum Kotzen ist das. Guck dir jetzt an, Bro. Nein. Guck dir das an. Was ist denn das? Was ist denn das? Ekelhaft. Stell dir mal vor, du wachst nachts auf und so ein Ding hängt an einem Faden direkt vor dir. Weißt du? Ja. In der Größe. Nee. Will ich nicht. Juck. 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 Du bist so schlecht, du guckst wirklich nicht hin. Ich guck ein bisschen hin. Nein. Ich will nur checken, ob wir live sind. Jetzt guck doch mal hin, Mann. Äh, dick. Äh, close ups. Juck. Wie viele sind 10 Inches? Weiß ich nicht. Ja, genau. Doch, doch. Da sind die, die sind immer so... Ja! Boah, ist das ekelhaft. Alter! Ihhh, die ist halt... Ich glaube, das ist die, die ich auch mal in dem... Ihhh! Ihhh! Oh Gott, Ihhh! Das juckt mich alles. Das ist... Ah, ha, ha, ha. Das ist ekelig. Jaaaaah. Lizards, ey. Die ersten Idex. Ich will das nicht sehen! Ah. Oh Gott. Ah, das ist so kassel, ey. 250 Gramm. Weißer. Okay. Ich denke, jetzt sind wir bereit. Brutsch. Oh Gott, du kannst jetzt wieder rausmachen. So ein Scheiß. Click to check out. Was sind das, was sind das für Menschen, bitte? Das hat dich härter gemacht. Das ist Schocktherapie. Das ist härter. Dann muss ich deinen Enkel so stellen. Das hat mich härter gemacht. Dann bist du unempfindlicher. Oh, ist das hart. Ja. Oh, ist das hart. Ja. Oh, ist das hart. Ich muss kurz schnaufen. Alles cool. Entspann dich. Wir fangen gleich mit EDF an, oder? Aber du hast noch nicht viel gespielt, oder? Wir sind noch ganz am Anfang, ne? Also bei dir zuhause haben wir... Du bist durch, ne? Auf die 360. Nee, ich spiele die ganze Zeit noch 2025. Ich habe ja nur die 360. Wo ist mein Pet? 4-1 habe ich kaum gespielt. Sollen wir noch eine Runde cuben vorher? Boot Bros. Ja, machen wir. Okay, cool. Bro und ich, wir sind voll im Training. Wann haben wir angefangen zu cuben, bro? 2006? Wann waren wir das erstmal auf einem Turnier? Nein, 2006. Warte mal, wir werden mal hocken. Düsseldorf. Düsseldorf war das? Oder war es nicht Düsseldorf? Oder war es nicht Düsseldorf? Zu Anfang von Game One haben wir das. Und Bro hat mir ein Cube geschenkt. Und ich fand ihn in den 80ern schon total cool. Und dann haben wir angefangen und zu beden. Dann haben wir uns gegenseitig. Was waren die ersten Zeiten? So vier Minuten? Drei Minuten? Ich glaube, drei Minuten. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, dass wir hier in Hamburg habe ich angefangen. Auch wirklich dann irgendwann in Köln hast du mir das beigebracht. Du warst noch mit Giga beschäftigt. Ich war bei der Bank so. Und beide haben wir uns immer, wir waren getrennt so. Aber wir haben gecubed gleichzeitig an verschiedenen Orten und sind immer unsere Rekorde hin und her geäußert. Und es war immer total geärgert, wenn der andere eine bessere Zeit hatte. Und dann sind wir immer schneller geworden, bis unter 30 Sekunden. Aber seit 2006 versuchen wir eigentlich, seit über zehn Jahren, versuchen wir unter 20 Sekunden zu kommen. Und wir haben es immer noch nicht geschafft. Genau und durchschnitten. Also ab und zu schaffen wir es mal. Aber wir sind immer noch nicht so gut, dass wir das schaffen. Unter 30 Sekunden geht. Aber du bist jetzt schon schneller geworden. Ich bin schon wieder langsamer geworden. Und jetzt gerade haben wir uns neue Cubes bestellt. Und das hat so unser Fieber wieder entfacht. Wir haben das lange, lange liegen lassen. Aber jetzt haben wir wieder richtig Bock. Weil die sind auch total cool. Der hier ist magnetisch. Der hat in den Magneten. Der ist echt fett. Super. Okay, Bro. Haben wir eine kurze Runde? Ja. Ready? Ja. Okay, Achtung. Kreuz. 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 Alter, was? Erstes. Erstes. Wo bist du? Zweites. Scheiße, jetzt. Oh fuck, Mann. Ich sehe sie nicht. Drittes. Drei. Fuck. Falsch gemacht. Oh. Oh, ganz schlecht. Ey, das ist auch mal die Leute alle zugucken. Ich bin voll nervös, Mann. Scheiße. Wir haben alle Leute. Die Fehler. Alle. Tube kaputt. Geil, wir sind noch nicht bereit für ein Battle. Komm, wir spielen IDF. Spiel die IDF. Nee. Nee, nee. Das machen wir. Wir sind noch in der Zehnlingsphase. Wir sind noch in der Zehnlingsphase. Aber wir nehmen's wieder sehr ernst. Wir haben noch nicht richtig gegeneinander gecubed, Bro. Nein. Das ist jetzt alles wieder Muskeltraining. Das ist wie Reha gerade. Ja. Also wirklich. Und es kommt auch ganz viel zurück. Du hast ein paar neue supergeile Algorithmen gelernt. Das ist echt geil. Ja. Also es schockt gerade wieder sehr. Und mit den neuen Cubes. Das ist wie Fahrradfahren. Also Fahrradfahren. Okay. Kann man dann irgendwann. Es ist auch gut an den Zuschauern. Es sind viele, die das damals gelernt haben. Und viele können es nicht mehr. Und wir waren zwischendurch auch so. Wir hatten die Algorithmen vergessen. Wir hatten einfach vergessen. Aber wenn man auf das Muscle Memory vertraut, die Moves sind in den Fingern noch drin. Und je weniger man nachdenkt, desto leichter kommen sie wieder. Und es macht echt Spaß dann zu sehen, dass man die noch so schnell abschießen kann. Genau. Ja. Ist echt geil. Okay. Ist ein bisschen Cubenizing, ne? Nö. Wieso? Wir haben einfach einen Stream geradet jetzt. Jetzt haben die Leute. Die EDF. Die Leute haben mir gezeigt, wie das geht. Jetzt nutze ich das aus. Alles klar. EDF oder was? Geil, Mann. Geil, geil, geil. Wir spielen viel zu selten. So. Geil, geil, geil. EDF. Wir müssen die Welt retten. Wetten. Drück mal X. Habe ich. Dann musst du den nochmal anmachen vorher. Vielleicht musst du dich anmelden. Oder geh mal hier rechts einfach. Okay. Okay. Drück mal. Ja. Geil. Cool. Geil. So. Wie viel hast du denn schon gespielt? Nicht viel. Neun Level? Ja. Ach, das sind schon diese Ekelhaft. Ja, genau. diesen Reach 4. Hast du da rein? Ich habe noch gar nichts. Noch gar nichts. Hast du nur mit Ranger gespielt? Ich habe glaube ich wollte nur Ranger hoch pushen. Ja, genau. Und was machen wir mit der Klassen? Ja, weiß nicht. Können wir uns überlegen. Es gibt vier Grundklassen in diesem Spiel. Wer EDF noch nicht kennt. Ähm. Das ist echt. Das ist so urjapanisch. Und macht einfach aber auch sehr viel Spaß. Und. Ähm. Das Ziel ist eigentlich. Wie bei so vielen japanischen Spielen. Also die nicht irgendwie einen Rollenspielansatz haben. Äh. Loot. Ganz viele unterschiedliche Bombast Waffen. Um widerlichste Viecher wegzukriegen. Genau. Und diese Liste da oben steht ja auch ein paar New und sowas. Ganz viele tolle Specs. Ganz viele tolle Attribute. Die gilt es dann. Nach jeder Mission. Neu für sich zu finden. Zu looten. Um dann einfach noch härter alles wegbomben zu können. Und das machen wir jetzt. Das ist der Plan. Keine Ahnung. Nimmst du zwei Grooms oder was? Ne, ne, ne. Ja. Ich kenne den nicht. Groom. Ich kann mich nicht erinnern. Hast du ja auch nicht. Gibt es den bei 2025 auch? Weiß ja nicht. Exion kann ich aber Level 12 ist ein bisschen schwach, ne? Ja. Wir sind ja auch ganz am Anfang. Ähm. Ich probiere das mal. Ja. Okay. Hier. Ranger hast du aber noch gar nichts, Bro. Da ist ja noch nichts. Guck mal. Ach doch. Gerade eben. Ach so. Fuck. Wieso? Weil ich hatte gerade Ranger auf meinem. Da hatte der Level 0 Waffen nur. Ach was. Echt? Ist das? Getrennt, ne? Das ist doch sonst nicht so, oder? Ja. Gewesen. Ja, dann ist es. Ja, dann ist es tatsächlich getrennt. Du bist das. Ich kann nichts machen. Ja, ne? Du musst es. Genau. Okay. Ja, ich versuch's einfach mal hier. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Egal. Gehen wir erstmal rein, ne? Geil. Alles klar. Ne, warte, was hast du denn da? Was ist denn das? Was denn? Du brauchst ein Sturmgewehr und irgendwas, Raketenwerfen oder so. Einen Grenade Launcher habe ich? Einen Grenade Launcher habe ich. Ist das schon das Beste? Und das ist, genau. Das ist ein Rifle. Ein Sniper ist das. Ja, das ist gut. Ach so, wir sind ja auch mit Retarios, ne? Ja. Ja, scheiße. Dann will ich doch noch was anderes haben. Entschuldigung. Ja. Ja. Dann nützt der mir nix. Das ist mehr Sonatkampf. Dann nehme ich da auch lieber hier sowas. Okay. Thunder Sniper R! Ja. Okay. Start Mission. So. Warte, ne. Ich bin... Jetzt. Und auf was? Ja, so mal hart oder hartes machen. Hartes habe ich alleine nicht mehr geschafft. Probieren wir mal. Ist wahrscheinlich zu hart, ja. Versuchen wir mal, ne? Ihhh, diese riesen Spinnen waren so. Das ist coole. Ist ja auch, je härter das Härtelevel, desto geiler die Waffen natürlich. Ihhh. Ihhh, das Level ist, was das aber... Oh, krass. Das spielt sich schon anders als auf der X2. Na klar. Du spielst seit Jahren auf den 360, ey. Ich hab halt nix anderes. Ja, das war gut. Ich klicke auch nur an den Schlorn. Boom. Alter, die ist nicht... Boom, boom, boom. Boom, boom. Kababa-boom. Kababa-boom. Ist die tot, tot? Ist die schon tot? Ne, ne? Die ist hart im Nehmen, ne? Die sind alle ganz hart. Ihhh. Vorsicht, links ist auch eine, ne? Also, die haben mich echt mehrfach weggehauen hier. Also, ich finde das nicht so krass. Du musst aufpassen, nicht zu nah dran, ne? Hast du das deine Homingler-Kinder? Mann, wie viel hält die denn aus? Jetzt ist es tot. Okay, Vorsicht, links von uns ist noch einer. Und wenn die einmal loskotzt, dann ist es echt gefährlich. Ja. Und dann kommen wir da nicht mehr raus. Und dann kommen wir da nicht. Ist die schon tot? Ne, ne, ne. Ihhh. Oh, jetzt wollen sie sich tot. Sehr gut. Oh, es geht viel besser mit zu zweit. Mhm. Da hinten kommen, Ameisen. Ich bin ja schon irgendwie härtere Waffen gefunden. Das ist bei der Umstellung jetzt gerade krass. So, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob ich so gegen Massen was machen kann. Ja, ich habe sonst hier dieses Rifle, was ganz gut ist. Sollen wir die Truppen mitnehmen oder stören die? Nö, kannst du mitnehmen. Ja? Ja. Komm. Vorsicht. Scheiße, 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 kacke, 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 kacke. Alter, wie schnell geht das denn? Ja, die sind hart, die Viecher. Die sind echt ekelhaft. Ja, komm, dann starten wir nochmal neu. Das bringt ja nichts. Die Waffen sind noch nicht stark genug. Oder sollen wir nochmal versuchen? Vielleicht andere Waffen. Ui, Dill. Ja, willst du raus oder nicht? Ja, vielleicht andere Waffen. Sollen wir nochmal auf hartes versuchen oder auf hart? Ja, komm, dann lass uns zurückgehen. Also das ist schon ganz schön knackig, hast du gemerkt? Ja, ne, ist noch zu krass. Wir müssen hart machen erst mal. Ja, dann, dann, willst du noch Waffen ändern? Ich weiß nicht, irgendwie war es nicht so gar nicht, wie nichts besser ist. Ist auch nur Level 12. Oh, Level 40. Fünf Sekunden nach meiner Zeit. Ach, kein Game Sound. Nee. Was sagt ihr das denn nicht? Ups, 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 ups. Tschuldigung. Laser Chainsaw. Oh, oh, oh. Paul, jetzt? Ich hab die Tür gezogen. Aber wir werden auch schlachten. So, wir reden mal parallel weiter. Eigentlich müsstet ihr in-game Sound haben. Was ist denn das? Bad World's largest Spiders. Ekelhaft. Klingt auch gut. Äh, nach wie vor wir zocken, ähm, Earth Defense Force. Ich weiß nicht, ist das besser? Musik war, okay, vielleicht noch ein kleines bisschen lauter. Alles klar. Dann stelle ich noch ein bisschen lauter. Okay, alles klar. Okay. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen eingepegelt. Ich kann es wie gesagt nicht kontrollieren, aber es ist echt sehr einfach. So, weiter geht's, ne? Also jetzt hart einfach mal ausprobieren, ne? Wenn das zu lahm ist, dann spielen wir weiter. Wie viele Stunden hast du in EDF 2015 drin? 15 oder 14. Haben wir nicht geguckt. Ja. Oh, ne? Ja, wie viel, ne? Ui! Hahahaha! Hast du die schon direkt gleich mal in Luft gejagert? Ich glaub, sie machen die Chance. Ja, okay. Nochmal. Ja, okay. Zweiter Karte. Guck mal, wie schnell das Lädt hier. Ich muss einfach mal checken, wie sie geht. Ich sterbe gleich nochmal. Schluss, ihr scheiß Klassenhardt-Dings. Hä? Ach, das ist ne Granate. Okay. Ah, verstehe. So geht das. Okay. Ui! Jetzt? Alter! Macht ihr das? Ja, boom macht die halt. Ja? Ist ja auch ne Wumsch, ne? Boom. Ist wirklich. Laser, Lasergranate. Gefällt mir. Was ist denn? Was ist denn denn hier zu? Was ist denn hier? Ist jetzt ein bisschen tot? Was ist denn jetzt? Vorsicht links neben uns, ne? Ja, du, du. Soll ich da hin? Dann nehmen sie die links und auf die rechts oder was? Ich nehme die links. Ja, ich nehme die links. Ja, viel. Wie kann man da hin? Die spinnen sind so abgefahrende Fiese. Auch für ein Volk. Klinkt es. Ist ganz gut. Ihhh. Also, ganz gut. Ben, komm was! Teck dich! Boah, okay. Und da auch. Scheibe. Die... Soll man... Kann ich mir mal dankbinden? Kann ich von mir einen drauffallen? Hast du irgendwas gegen die Amazon hier vorne, oder? Ja, ich habe ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen... Ich bin mir von hier irgendwo vorne. Ich bin mir von hier irgendwo vorne. Ich bin mir von hier vorne. Ich bin mir von hier vorne. Ich bin mir von hier vorne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Vorsicht. Da kommen... Spinnen liegen, siehst du die? Ja, die sind sehr weit weg, ja. Ich bin mir von hier vorne. Ich bin mir von hier vorne. Nein. Boah. 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 Dose. Dose ist... Dose ist... Gebot. Ja, äh... Mikrofon kann ich nicht... Näher an uns ran machen. Was soll ich tun? Halt. Halt. Ja, das Mikrofon muss ein bisschen näher ran. Okay. Sieht man uns jetzt nicht mehr, aber ist egal. Ich bewege. So. So. Ne, warte. Ich habe... Wow. Ist besser? Bisschen. Bisschen. Linear cannon is charged. Not a new English. What a good fight back. It's a threat we wanted for. What will it do? So. So. Tatsächlich. So ist es auch viel angenehmer fürs Knie als... Ich habe vorher immer Laptop aufgekriegen gehabt. Das ist viel angenehmer. Naja. Aufschreiben das hier. Ich will ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist nicht so keine Karte, ne? Ne, aktuell nicht. Ne, aber... Pien... Pien... Pien ist das nicht so eine Karte! Gumm! Spinnen, ja... Spinnen sind wirklich ernsthaft neben euch. Ich hier. Wie ich hier zu ziehen könnte. Das ist... Das ist die... Das ist die weiteste Form ... ... von uns Menschen weg. Na, auf jeden Fall. Du willst dann dein Handy holen? Warte mal. Ja, kannst du es holen? Ja, ja, ja. Warte mal, mach kurz. Ja, ja. Ich bin gleich zurück. Okay. Ja. Geil, das war nicht so spektakulär vielleicht dieses Level, aber wir müssen überlegen. Wir sind ja ganz am Anfang erst, das dauert ja auch gar nicht. Erst mal ein bisschen checken, was man für coole Waffen noch bekommen kann. Ja, bevor wir ein bisschen gut überprobieren, was wir fliegen lassen. Äh, ja, check ich noch mal. So, was denn deine Städte machen, wenn ich über das Level? Ja, 22 oder 3. Äh, dann hör du dir die... ...wollt man das erste Mal. Ich glaube auch die 340. Also, ich meine das... Ihhh, okay, rechts für uns, alter! Was? Rechts für uns ist was. Bist du drin? Ne, ne? Ja, ne, natürlich. Aber die ganzen blöden Bäume hier hinten auch. Ja, ich bin aber hier, ne? Ah, Alter! Kacke! Kacke, kacke, kacke! Kacke! Das, das ist, das ist zu nah! Oh, sie ist tot! Bäh! 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 Schnell weg! Ekelhaft! Bäh! Bäh! Ich bin direkt neben der gelandet, das war dumm! Ihhh! Ihhh! Scheiße, 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 Scheiße! Ihhh! Sie kommen alle! Zurück, 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 zurück! Ihhh! Zurück, 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 man! Zurück! Sie kommen hier! Zurück, die kommen jetzt auf einmal, die Schweine! Die, äh, spinnen! Ihhh! Und ne Granate rein! Bam! Bitch! Bäh! 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 Hat was gebracht! Kack, Viecher, ey! Sie sind sehr viele tot jetzt! Sie hat sehr gute Granate, hat sehr viele Spinnen getildet! Vorsichtig, pass auf! Ich bin aber auch noch hier! Nur noch Spinnenbeine hier, sehe ich nur noch! Ja, vorsichtig! Alle kaputt! Kaputt! Das war gefährlich! Hier, da hinten, die, die, die oberen... Ja, ein Blatt hier! Ja! Also, mir gefällt doch dieser Grün, was auch immer, Midrange-Labor, der ist eigentlich ganz geil! Kann es sein, dass da hinten ein Nest ist, Bro? Rechts! Rechts! Ja, da ist ein Nest, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir nur einhalten. Wollen wir da hingehen, oder? Die sind im Wasser, oder was? Die sind, die kommen aus dem Wasser. Nee, die kommen aus dem Wasser, ist da ein Baumschuss? Ist denn da? Komm, wo kommen die denn? Komm, die einfach aus dem Wasser. Weiß nicht, wo die, wo die hier kommen. Komisch. Ja. Die werden da hinten getriggert, irgendwie. Die kommen, gehen wir zurück auf die Hauptschale. Hast du schon irgendwelche Grünen gesehen? Nee, ne? Das wäre irgendwas komisches. Also, rote, rote Kisten sind Armor, also... Schutz. Dann gibt's weiße Kisten, das ist Health. Und grüne Kisten, das sind Waffen. Und alles, was wir wollen, sind grüne Kisten. Hier ist eine. Wollen noch ne Boom haben. Hier ist eine. Wo, bei dir? Ja. Die einzelne. Die hol' ich mit jetzt, ne? Ja, hol' die games. Und wenn ihr mich fragt, warum wir so komisch rumrollen, dann ist man schneller. Also, Ians Klasse, der Wingdiver, die, äh, muss nicht groß rumrollen. Ist eine sehr, sehr schnelle Klasse. Und ich hab' die Ranger. Und ich hab' die Ranger. Das ist wirklich ganz... Das kannst du... Das kannst du... Ii, da kommen sie, die Spinnen sind da. Ich hab' den was anderes als 2025. Hat das nicht? Hat das nie so schlimm mit dem Doppel dann so? Aber wenn man das hier jetzt spielt? Ja, klar! Ja. Äh, zweiter... Ich bin auf, äh, fünf gespannt. Aber das wurde jetzt leider verschoben nach hinten. Da hast du ihn sehen, ne? Da hast du ihn sehen, ne? Mit dem, mit dem Freshen. Und den Aliens. Super. Hab' ich auch echt Bock drauf. Aber wie gesagt, es wurde jetzt verschoben. Und das kriegt sich. Ich hoffe auch echt, dass es überhaupt rüberkommt. Also, das macht wirklich... Das ist so ein... Das ist wirklich ein gutes Spiel. Das hast du aber auch echt reingetragen. Das ist das einzige Spiel, was ich jemals gekriegt habe. Ja, stimmt. Äh, Simon hat mir das mitgebracht immer. Naja, und Saints Row halt, ne? Ja, stimmt. Das hab' ich auch gekriegt. Bleib auf'n Arsch. Okay, ich komm von der anderen Seite vor, dass ich nicht so... die sind geballert. Die lebt ja immer noch. Die sind so hartnackig. Die lebt so. Immer noch. Die kipps doch nicht. Nein! Die lebt! Nee! Äh... Die kipps alles. Hehehehe. So. Der Code ist schon mal weg. Nee, die lebt noch. Ja, ich mein... Hier lebt die, äh... Oh, fuck! Okay. Ja, warte, 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 bleib cool. Du bist mir schon wieder tot. Nee, das ist die Granate, die die... Aber vielleicht solltest du genau mal über den... Geil! Die super's gut. Ja. Gute Waffe. Und gegen die Großen. Jaa. Gegen die Retardius. Dauert schon, ne? Macht mal Platz, sag mal. Ja. Eins. Zwei. Ja. Ja. Dauert образом. Ich weiß gar nicht, wie stark die du bist... Deh, ging doch mal! Ging doch, Alter. Geil! Cool! Ich glaub' wir sind durch, ne? Oh ja, oh nein! Oh nein prefft! Ich hab' dich... Es war doof! Genau, man darf die besten EDF-Fehler der Welt, yeah. Man darf die letzte Einheit nicht töten. Ein alter Fehler. Genau, weil dann kann man nicht mehr looten. Egal. Es kommen bessere Level mit besseren Waffen. Gut, dass wir das erstmal geschafft haben. War das jetzt, war das jetzt, sollen wir noch härter oder was? Ja. Oh, The Return. Geil, komm. Härter. Okay, von mir aus. Versuch. Versuchen wir. Okay, versuchen wir. EDF. Fenster ist auch geil. Oh. Uh, was ist hier los? Spannend. Ja. Guck mal machen. Sehr, sehr spannende. Ich glaube mit Simon habe ich auch nur ein paar Level angezockt, ein paar Missionen angezockt. Ist cool, dass wir jetzt so ein bisschen weiterspielen. Wir haben auch schon seit Jahren einfach dasselbe Design bei allem, ne? Oh klar. Insect Amarendon war so der Teil der so ein bisschen rausgefallen ist. Was ich nicht schlecht fand. Was ich fand den Fenster da irgendwie auch ganz geil. Ja. Ich bin auf fünf echt gespannt so, was sie da noch für neue Sachen reinbringen. So, das war's. Ich habe nicht zugehört. Irgendwas, die große Kugel kommen, wir müssen drauf schießen glaube ich. Ich habe auch nicht zugehört. Das ist eine große Weihnachtsbaumkugel. Wo es rot ist, wie beim Flipper, weißt du? Wo es rot ist und leuchtet. Ich, ich gehe rechts, okay? Okay. Alter! Lebst du noch? Lebst du noch? Es tut mir leid. Wir sind vielleicht zu nah. Du machst rechts die Stadt kaputt, ich mache links die Stadt kaputt. Kacke, trümmer hier. Alles kaputt. Kacke, ich spreche uns gleich wieder selbst. Kacke, ich schiebe zu. Iya iya iya. Rechts, links. Ich nehme die Ausländer rechts hier. Oh shit! Ich mache nur einfach links die Stadt kaputt. Mehr habe ich gar nicht. Das ist geil. Ich sehe den Armer, also ich schon einfach nur wahllos Drei. Fair, wie viel du bist. Das sagt nur ein bisschen was noch auf. Oh fuck! Da ist so fest, ich hab mich hier fest. Ich habe dich wischt. Wieso bist du denn dann links? obwohl kann noch nicht alles gewesen sein dahin sind also einen waffen tag sehe ich noch eins gesehen weiter ja immer vorsichtig aber ein bisschen die stadt kaputt weil dann sieht man wenigstens was ja aber ist auch kacke manchmal wenn manchmal sind die häuser gut zum kanalisieren ach so ja so sie kommen ich war dann ist es sparen dass wir damit sparen ich habe eine sparta bank geil ist das jetzt das ist das geht eigentlich ja diese spinnen gerade eben die waren härter ne? ja. Vorsicht ich muss mal... ja. ok. ja, ja, loop 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 loop. ok, ja genau. ich sehe eine. aber wir können eigentlich beide noch sammeln, ist egal, oder? ok. ja. so, hier kann man so die männer holen, die dreiecke werden dann so... yes sir! und dann kommen die alle immer mit wohin man geht. was aber auch ein bisschen blöd ist, weil die sehr oft vor die flinte rennen. ja. andererseits halten sie einem auch den rücken frei und so. das hat vor unnachteil. wie immer. und manchmal ist es halt auch gut truppen stehen zu lassen, damit die armen sich erstmal darauf stürzen. haufen machen. und dann kann man von außen auf den haufen ballern. alter da, alter! ich hab da oben geguckt, siehst du das? ja, scheiße. ok, das sieht echt nicht aus. ja, was machen wir jetzt? ich schieße drauf. echt? ich schieße einfach... tut mir leid, es tut mir leid. es tut mir leid. es tut mir leid. es ist so dumm gewesen. es tut mir leid. was hast du denn gemacht, ey? ja, hör auf dich aufzuregen jetzt. ich schäme mich, ich schäme mich. ich schäme mich. ich schäme mich. ich schäme mich. alter! guck's dir das mal an. der, der macht hier richtig krabbarts. alter. hast du das gesehen? der, der, so ein feuer. ich hab nur mal, das war wie so ein luftschlag oder so, ne? ja, so ein feuerstrahl abgelassen. ok, alter, du bist auch richtig weit weg. ah ne, warte mal. da bin ich, bin nicht so weit weg. ok, das ist der vehicle. das war ein vehicle, warte nochmal. der hier? ne. hier ist es. hier ist es. kreis. kreis. ja. alles klar. oh, ich idiot. bist du tot? ja. ne, du bist nicht tot. du bist nicht tot. du bist nicht tot. ich hab gerade akkurat dasselbe die luft gejagt. ich geh nochmal ganz kurz nach hinten, um zu gucken, ob du noch irgendwie helfest, ne? ja, hier ist halt. die drei punkte. ich nehme mal das einzelne hier hinten. drei liegen noch so drei auf der straße. oh, komm. ja. fehlerbasieren, scheiße. ja, ist ja alles... alles... alles verschillt. boah, dann wollte ich wieder mit anderen. schön nachladen. ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir... oh nein, bro, Schiffe. okay, alles klar. dann müssen wir die erstmal platt machen, oder was? wahrscheinlich, ne? ey, weißt du? ach, egal. weiter weg. die landen hier vielleicht ein bisschen zu sehr über den Köppen. okay, geht los. geht los. nein, 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 nein ich muss mir kurz hier aufpassen das sind viele weg hier ist ein bisschen zu krass ich muss einmal kurz hier meine granaten rauspacken ich bin im rückwärtsgang ja ich bin links ich bin die andere waffe alles gut wir müssen gleich wieder auf die raumschiffe ballern das ist wichtig aber welches ist hier das nächste oh mann da unten kommt schon wieder eine kackewelle das ist kacke man du musst weg du musst weg schick alle da hier rückwärts weg von den punkten erstmal okay vielleicht ist das harte doch ein bisschen hart ich hab wieder einmal noch kacke gemacht wir sind das vierte mal dann tot normal normal weitermachen das war kacke ne ich schaff mehr weitermachen los jetzt keine fehler keine fehler die linke seite wieder ja rechts alter aber die ist auch zu gefährlich ja aber auch aber es sind auch noch ein zimmer teil irgendwie vor die resse und das gut alter wenn die nahe sind und ich besprucken nochmal deswegen immer auf dem radar gucken wir können nicht so close combat dass das zu hart na gut ja mal schön aus der ferne können wir ein bisschen zurückgehen dann ich glaube wir können nicht zurück bestehen am 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 Sony am dem den auch am 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 da Pern ist ein bisschen blöde also das machen soll man da hinten die jetzt machen oder soll man ein bisschen raum zu bekommen weiß doch nicht das machen jetzt aber direkt weiter muss es diesmal nicht versuchen irgendwer soll ich kann zu anderen ich gehe hier mit parallel starten aber das machen ja das schlau ja gut ich bin ganz woanders das war ja sogar auf meine sache das ist das kacke wenn wir uns so anschleifen und direkt von mir auftauchen dann bin ich mit der kranate gearcht Oh, das war so. Eie, hab ich den nicht erfischt? Das ist verarschend. Ah, komm. Soll das werden wir wieder, oder? Wie du da hast, oder was? Nee, das ist nicht. Einfach nur ein Gradoschuss. Das ist ein... ...Rifle mit... ...eiglich ist es... ...automatisches Rifle als... ...Sniper. Geil. Eine Waffe? Das sieht doch eigentlich cool aus, oder? Ja, so weit, so gut. Okay. Ach, hier können wir noch richtig... ...genwie machen wir mit Launcher. Ja, ein 12-fach Hackier. Ja, 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 das ist eigentlich echt das... ...das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel. Dann scheint sich auch cool, dass die Waffen... ...ja, das war halt noch besser wegschraubt. Das ist der einzige... ...luten, luten, 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 luten. Okay. Ich hab nochmal zwei Waffen aufgesammelt. Lass mal diese Runde überleben, Bro, okay? Ja, da ist das Ding da. Oh, okay, da kommt es. Sagen wir schon, kann man schon draufballern? Kannst du draufballern? Versuch mal. Ja. Was hier da was? Gar nicht. Ja, okay, dann nicht. Ja, das kommt jetzt. Alter, geht das los. Okay, 3, 3 Raumschiffe sehe ich. Wie siehst du noch mal? Nee, viel gibt's. Ja. Oh, das viel. Voll weg, 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 weg. So, ein Luchtschlag. So, sollen wir das einzelne Leben was rechts neben uns? Das rechts, also hier, hinter dir jetzt noch. Noch eins. Das muss man auf eins konzentrieren. Ja, okay, dann nehmen wir das, okay. Ist das nicht zu weit weg? Jetzt kann noch ein anderes, ja, okay, ich kann noch ein anderes nehmen. Okay, dann... Dann nehmen wir das erste der dreien hier. Okay? Nee, jetzt kann ich schon zum anderen geflogen. Okay, ich bin bereit. Hoffentlich. Oder müssen wir erst nach vorne laufen. Nee, da müssen wir nicht. Eigentlich müssen wir ja jetzt runterkommen. Oder müssen wir die irgendwie triggern, weißt du das? Nee, nee, die fangen direkt an. Die kommen ja so eh automatisch vor. Oh, hier ist ein Map Ende. Okay, schade, die sind doch wirklich nah, ne? Wirklich sehr nah, Bro. Okay, das erste von den dreien, oder was? Oder das einzelne? Welche ist jetzt? Alle nah dran. Ja, okay. Das erste von den dreien, oder das ist das nächste hier. Ja, los. Aber hier passiert ja noch nix. Okay, bist du voll? Ich bin voll, ja. Nee, bin ich nicht. Fuck, ich bin wieder beim Map Ende. Ja, ich auch. Ich bin hier bei dir. Zur Not, wir können nicht zurück, ne? Das ist die Kacke. Ja. Wohin weichen wir denn aus, wenn es knapp wird? Nach vorne dann? Vorne kommen die Ameisen gleich. Da geht's schon los, hier ist was bei uns. Ja, ich zieh draus. Ich bin tatsächlich da. Oho, direkt da. Shit, 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 shit. Komm hier zu mir. Ja, auf den Down. Alter, wie schnell das geht, ja ja. Ist nur angerotzt. Ups. Bist du da? Nee. Kreis. Kreis. Hinter dir, hinter dir. Mach ich doch den Kreis. Hinter dir, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Du warst nur... Du warst nur einfach woanders. Scheiße. Scheiße. Das war Restart Mission. Das muss gehen. Ich hab nur nicht, ich hab nicht ganz genau verstanden, warum die... Ich weiß die auch nicht. Die Leute sind grad der... Also einer... Ich find's krass, dass es 45 Euro kostet gerade. Äh... Ja. Ja. Das ist äh... Im Jahrfang immer noch sehr beliebt, glaube ich. Das ist ein bisschen... Man kann nicht zurück... Das ist kackel hier. Hier sind wir total eingekennig. Eigentlich müssen wir auf die andere Seite. Sollen wir das mal machen? Ja. Gehen dann geradeaus weiter. Ja, ne? Also... Entgegen der Ameisen sozusagen, ne? Ja. Näusle, Alter. Äh... Wieso voll? Ach wirklich ne, Frau je. Dann mach' ich mal. Ja mach' ich mal. Läuftes legt frei, ja ne? Oder? Chat, könnt ihr mir das einmal kurz schreiben? Gibt es irgendwelche Probleme gerade? Ne, ne? Ach, oh, mal, Duck ist wieder da. Wird mir von geholfen. Mit der Technik? Ja, komm mal. Wobei, ich glaube, der war schon ein bisschen frustriert, weil ich mich nicht gerallt habe. Äh, viele, 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 viele. Oh, shit. Nichts so leicht. Oh, okay, klar. Ich habe auch nicht geguckt und gedacht, dass sie gerade selber haben. Ah, Mann, ey! Ja, ich wollte dich gleich. Ne, ne, alles gut. Einfach random wieder irgendwo gegen geschossen und direkt... Ja, das passiert schnell, ne? Ja, die ist total eng. Ja. Du wirst nicht freisichtiger sein. Ähm. Oder du hast doch recht und wir machen erst mal ein bisschen kratzt, weil... Weißt du? Weil es ist auch ein bisschen dritt, wenn wir einen von oben anfangen können. Äh. Also wird man zuerst mal die ganze Stadt panieren. Hm. War mir möglich zu haben, ne? Ja. Genau. Ich bin aber nicht scheiße. Das ist so schnell, das Fett konstant ist nicht gewendig. Ist der scheiße, ja. So. Schöp' mal einen. Ich bin auch schon ziemlich schnell, ne? Nimmst du das? Ja. Du hast das da hinten noch? Hast du auch noch einen? Ah, ich glaube... Ja, ich bin froh das auch. Nimm dir das... Achso, da ist noch was. Ja. Und zwei Waffen? Ja. Für dich. Gut. Gull, 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 gull. Gull, 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 gull. Beim ersten EF konnte man noch dieses Schnell-Nachladen machen, ne? Das war geil. Ja. Das... Neee... Das... Das war Insekt-Amageno, glaube ich, das das angeführt hat. In der Mitte so einen kleinen... Genau. ...Pont wurde dann... Das war super, dann konntest du so Kombos machen. Fand ich auch schade, dass die Funktionen weggehen. Mhm. Vorsichtig, ich schieß mal hier... Vorsichtig, wie bist du? Äh... Ich schieß mal hier diesen... Ich schieß mal hier den... Rigor-Pontier. das ist aber ganz schön was dauer der good made launch ist aber geil, wie viele schaden macht der, weißt du das? hier weiß ich nicht, außer kommt aber der schafft der auch schön scheint alles, alles gut zu funktionieren alles von grün hat alles täglich frei sehr ungewöhnlich so, jetzt haben wir ab oder was, jetzt gehen wir weiter nach vorne weiß ich nicht, wir haben nur die Städte kaputt gemacht Panik, 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 wir müssen hier keine Panik gleich kommen, die Ame sind von rechts ok, erstmal die Ame sind für die Ame sind vorsichtig, ich mache hier ein bisschen Häuser kaputt oh, hier ist noch eine gute Straße hier sollten wir hin ich mach auf den Weg dahin alles kaputt ich hab eine sehr gute Straße gefunden alles kaputt machen, damit die Ame nix kaputt machen das ist eine sehr gute Logik auf jeden Fall ja, geht schon los ne ballast du auch schon auf Schiff? ne, ich balle auf die Ame an eigentlich balle ich immer noch auf die Hose Schiff, 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 Schiff welches? hallo 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 ah ok, Ame sind da ich muss auch oh, scheiß bei mir auf die Hose ich bin bei dir ne? oh shit, wir sind eingekreist, wir müssen auf die Brücke ja, ich bin auf die Brücke ja, ich bin auf die Brücke ok, tschau sie sind unter uns, ne? ja, 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 lass uns einfach nach Klinchen schießen kommst du klar? ja granade, granade ja oh, kommt die Brücke kaputt oder was? ich hab die Straße kaputt gemacht das ist geil kacke, das geht ok, warte mal, ich muss einmal oah, das sind jetzt viele ne, die ist kacke man, die kommt von überall ja, also tot du bist tot, scheiße ja, voll versuch's, versuch's, versuch's wie weiß ich das jetzt noch? ihr versucht mich das, ne? ah ne, ich hab nicht da schaffst du es doch siehst du irgendwo, hä? ja was ist so kacke ist das doch das muss doch gehen, ne? sagst du vielleicht vor Armour? ich kriege den Wolken ne, also ich glaub ich glaub das ist so Körs ich weiß du meinst, Hades ist so krass ja, komm es ist zu hart oah na gut Retreat wir müssen mal ein Level weiter kommen brr na gut ok, wir spielen jetzt auf hart weiter und wenn wir das Gefühl haben wir haben irgendeine Waffe die noch höher was schaffen könnte dann machen wir das ok? hier mit so nem Rocket Launcher dazu ja müssen wir alle nochmal gucken bitte ja ok aua, aua, aua fahr 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 Wingdivers können zwei Waffen äh, heute den ganzen Tag IDF ne, wir machen äh mach ehrlich gesagt gleich mal ein bisschen Schluss also um 17 Uhr geht's bei uns live hier wieder weiter auf dem Sender ähm aber ich glaub so eine Mission spielen wir noch und dann machen wir Feierabend, ja? Bro ok, machen wir noch also eine Runde spielen wir noch und dann mal gucken also ja wie gesagt aber das ist nach wie vor hier alles einfach nur so weil wir Bock drauf haben obwohl das gut ist ja äh wir spielen gerade auf der PS4 auf der auf der Pro sogar das ist das Spiel auch wenn es halt entsprechend ruckelig aussieht aber das ist halt so vielleicht ist das auch der geheime Grund warum IDF 5 so lange braucht weil sie die Framerate irgendwie verbessern wollen ich hab mir nicht besser das echt schade 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 kann man das wegklicken da? also Kreis war richtig ne? Kreis war richtig, ja du warst du warst nur du warst nicht bei meiner Leiche sozusagen ja ok ja fight the bite ja so jetzt schauen wir nochmal yes ok los yes oh vorsichtig muss auch passen der Goliath ist der Goliath ist ein starker vorgelauncher nicht gerade boah sag wann kann man denn die Kassanten wegsprengen das war ja noch nicht möglich der Goliath ist verständlich das ist so geil wenn sich leute jetzt über die qualität beschweren sollten nicht mal die 360 grad also die 360 ist ja neu starten oder das war sehr doof weiter jetzt mit orientierung verloren auf die vater zerstörung zurück ist irgendwo noch nur die pecks nimmer ich hab zwei gegessen hier ist noch eins hier bei mir ja ich hab das blöden großen gestern oh geht los ja viele Hallo? Jawoll. Oh, das war so gut zu sagen, hast du gesehen? Von irgendeinem von vorne. Ja, ich glaub die Kombo... Wenn du nahe einen abträgst, das ist schon böse. Immer noch, jetzt. Auch frei hart. Ich glaub die Kombo, die ich hier hab, ist nicht super. Ich hab Waffe-Launcher und Gremi-Launch, ne? Ja, das ist nichts gemacht. Ja. Das ist ein sehr sachter mit dem Söhne-Launcher und Gremi. Okay. Ja, putz. Spiel mal her. Die können ein bisschen was rum, ne? Ja. Ja, nimm du auch auf jeden Fall, ne? Gut, 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 gut. Jetzt? Ja, jetzt. Ich von die O2, zwei Waffen. Sehr gut, ich will mal besser davon haben. strommast vor habe ich durchgeschossen ist auch nicht wahr sein so ein ding so eine attacke ja eigentlich sehen wir alle waffen hier aus ja dann müssen wir sehr viel spiel das stimmt ja erstmal alle level schaffen und dann auf entfernung dann kommen die coolen waffen ja das dauert echt lange ja also ich bin ich bin hier ich geschicke diese fieber bleiben wir jetzt weiter vorne oder was ja ich ziehe hier nur die häuser alle weg ich bin hinter dir und so ist es direkt bei uns das ist scheiße das scheiße ich glaube ich werden ja schon wieder ja aber was können wir nicht tun müssen einfach auf diese ganz große Straße ich weiß nicht wie weit die geht hier auf die hier schon glaube ich auch scheiße sind wir zu weit weg von den Daumschulen Scheiße ist offen sie sind so weit weg das kacke sind wir irgendwie einigermaßen nah beieinander bleiben oder das ist einfach noch ein bisschen gezielter schießen hier dann geht das auch klar ich kann mich aber gerade nur um die arme zu kommen fach oft zu nah ja alles gut auf planen auf planen jawoll jawoll fach oh zwei füße brauchen die zwei ck so ok ich hab mich gut So weit, schützt doch gar nicht. Einer ist noch bei dir. Da. So, dann kommen wir wieder zu dir. Die Daumenschiffe halten, aber erst mal still, ne? Daumenschiffe halten, ja. Hallo! 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 Na? Hi! Na? Ich spiel noch ein bisschen, ne? Äh... Wie sind sie? Wie die Raumschiffe, die gespricht wird? Die halten, die halten. Die öffnet sich nicht. Dann müssen wir erst einmal so nett machen. Hm, nice. Gut, 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 gut. Zwei Wachen. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben. Wir müssen überleben, bitte. Wir müssen überleben. Wir müssen das auch überleben. Okay, komm. Oh! 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 Öffnen sie sich überhaupt? Ich denke, was wird über Funk erzählt, kann ich sagen. Okay, äh, ist auch was da da, sieht's irgendwie eklig aus. Ich weiß nicht, was ist es aber? Ach nein, ach, guck mal. Was ist das? Die Kacke. Oh nein, ja genau. Unter ne Brücke, wir müssen noch unter ne Brücke, bro. Komm, 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 ich hab hier ne Brücke. Findest du, hast du auch ne Brücke? Nee, ich hab keine Brücke. Wo müssen wir den Deck und den Scheibe finden? Ja, viele jetzt, ne? Boah, die Scheibe ist aber kurz hier hoch. Ach, reicht's nicht. Boah, das ist so cool. Vielleicht meine Brücke auch nicht groß genug. Kommen sie jetzt oder kommen sie nicht? Was sagen sie denn? Ja, dann hängen die da hinten noch ab. Was soll denn das? Ja, ich auch. Ist da irgendwas? Oh, da, zwei Waffen sind gerade gedroppt. Echt? Ja. Wir müssen überleben, Bro. Wir müssen überleben. Ja, ich geh doch hin, ich geh doch nicht da hin, nicht? Ja, aber ich will die ja kaputt machen irgendwie. Aber im Moment, wenn die da hinten irgendwie so zerhachen, so eigentlich... Ja, los, drauf. Drauf, voll, voll. Feuer, jetzt. Attacke. Feuer frei. Feuer frei, Feuer frei. Druck, 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 Druck. So. Oh. Scheiße, Schock. Oh nein, ich bin leer. Oh nein. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh nein. Nein. Aber du bist noch voll, ne? Ja, 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 ist gut. Boom. 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 Kaboom. Aber sie kommen, sie kommen, sie kommen. Sehr, sehr schlechte Waffen für dich. Du kannst natürlich auch in die Häuser gehen, ne? So, so zwischen den Häusern spalten, da hast du auch ein bisschen Deckel. Äh, das ist sehr, sehr schlechte Waffen für dich gerade. Ja. Ja, der Launcher, der passt nicht so gut. Hat Gegenwerfer? Ja. Dass es noch ein paar Gegenwerfer geht? Ja. Laser ist fies von denen, ne? Und die... Gucken wir mal, ob die nicht über dir sind. Ja. Aber mir geht's noch, Alter. Ach du, die Hälfte ist bei dir. Im Moment geht's noch. Oh, gut. Oh, gut. Okay, gut. Gerade geht's gut. Oh, leid. Gut, 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 gut. Einer noch. Och, komm. Sollen wir looten? Ja, looten. Ja, das kann doch nicht das Ende sein. Kann doch nicht sein. Das Verschwönen ist es irgendwie. Nee, nee, das kann doch nicht sein. Ich bin sehr schön, sogar. Ich sehe nichts diese Woche irgendwo? Ich hab irgendwo so zwei Grüne, aber das waren die, die das erste Mal waren. Ja, ich flieg eben rüber. Kannst ja die, die Grünen bei dir noch zschütteln. Genau, die grünen Punkte auf dem Radar sind das, ne? Ja. Ich hab da irgendwas gesehen. War da irgendwas? War da irgendwas? Oder war das bei dir? Du, du hast auch nichts eingesammelt, gerade noch? Scheiße. Ich hab da irgendwas gesehen. Also hier ist nichts. Ich hab so gar nicht. Irgendwo zwei Grüne Wachen sind. Ich hab da irgendwas drauf. Ich hab da irgendwas drauf. Ich hab da auch nichts dran. Ja, gut, dann machen wir jetzt kaputt, ne? Ja. 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 Daube, sie ist einfach, ich sehe alle auf dem Burg getötet. Okay. Okay, dann guck ich auch nochmal. Ja, 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 ja. Okay. Alles klar. Und, uh. Hä, das ist so ganz schön große, gerade hier, ne? So. Ich hab eh, das ist so wasser. Oh krass. Das ist so ganz schön große, gerade hier, ne? Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, wir sind ja noch nicht fertig. Ich glaube, da wird noch mal was passieren. Geschafft! Geschafft! Okay, okay, okay. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt einmal checken wir, wenn wir es machen. Na ja, wach, Fenn. Okay, ja. Für dich ne neue Sturmgewehr? Hm. Aber nicht so stark, ne? Hier, Plasma Launcher. Ne, Level 20. Level 20. Alles, alles schlecht. Schlechter als das, was was? Geht. Ich hab zwei Level 17er Waffen jetzt. Also, wir nehmen alles mit, würde ich sagen. Ist noch nicht gut. Ja, ist noch nicht gut. Wir machen keine guten Waffen. Nee. Wir müssen mehr Missionen schaffen. Wir müssen mehr Missionen machen. Aber für heute machen wir erstmal Schluss. Ja. So. Jetzt machen wir Schluss. Ja, aber war schön. Ich fand's gut mal wieder zu zocken. Hat Spaß gemacht. Ja. So, wir machen die Stream wieder aus, Eduard und Co, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss Leute. Tschüss Eduard. Tschüss alle.